Eine Unterlid-Fältchen-Behandlung bei einer jungen Patientin und hier der Behandlungsverlauf. Man sieht, sie hat keine Schmerzen, sie hat nicht mal einen Zucken mit den Augen und so leicht kann die Behandlung stattfinden, wenn man natürlich daran geübt ist. Und wenn es ein Facharzt für plastische, sätische Chirurgie ist, der auch die notwendige Erfahrung hier in diesem Bereich hat. Das ist ein sehr, sehr sensibler Bereich, das wird jeder, denke ich, nachvollziehen können. Und gerade bei so einem Eingriff sollte man immer zu einem Facharzt für plastische Chirurgie.